Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder... Mit einem Special Gang. Ja, der Fabi-Lischa ist wieder am Start. Yes. Und wir dem Titel und dem Thumbnation entnehmen können heute mal etwas anders. Sehr pikant. Sehr... Leicht geführt. Vollzig im Abgang. Da es auf Instagram so wunderbare Fan-Fictions von uns beiden gibt. Ich mir die aber noch nie angucken konnte, weil wir einfach zu gut befreundet sind und da nichts ist. Bisschen creepy. Ja, ist ein bisschen komisch. Dachten wir, schauen wir uns die heute mal zusammen an und lesen da mal so ein bisschen raus. So eine kleine Lesestunde. Ne, mit der Boys. Von vornherein, wenn ihr es nicht mögt oder wenn ihr leicht homophobe Züge in euch tragt, schaut dieses Video nicht. Tschüss. Ansonsten viel Spaß und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Okay, ich habe schon deine Hände hier und deine Schenkel vorbereitet. Jetzt holen wir die Fan-Fictions hier raus. Jetzt holen wir mal die Fan-Fictions raus. Und das, ich glaube, Fan-Fiction Kapitel 1 von 4. Ich habe mich aufhabe, ich bin richtig aufgeweht. Ihr habt kein Filme, das ist so. Wie lange ist denn das? Es war Samstag. Nacht. Laut. Und. Ich stand an der Theke und nippte an einem Tequila. Tequila ist wirklich eklig. Mein Blick schweifte zu den tanzenden Menschen. Ich war nicht so der Tänzer, deshalb wartete ich hier. Hallo, der Hände. Und ich so, wuuu. Ja, also das ist nicht so der gute Point of View, der Marvin. Working on the dance floor. Okay. Ich war nicht so der Tänzer, deshalb wartete ich hier. Wieso? Keine Ahnung. Ich bin Single und habe auch nicht viele Freunde. Ich tanze, ich will. Ich lebe in der Leim. Aber ich wollte hier nicht die Rissen ins Leben alleine bleiben. Ich musste das ändern. Aber wie? Ich beobachte die Tanzfläche, plötzlich sah ich einen jungen Wildtanz... Das bist du? Nein. Das bist du, aber du bist eh Wildtanzender, also bei dir passt es wenigstens. Seine verschwitzten Haarschdrehen hing mit seinem Gesicht. Das ist doch nicht schön. Er bewegte sich zur Musik, allein. Ja, so me myself and I, ey. Er sah gut aus. Ich blickte weg und trank mein Glas aus. Ich bin am Dancen. Doch meine Gedanken schweiften wieder zu ihm. Nach ein paar Überlegungen beschloss ich zu ihm hinzugehen. Schüchtern irgendwie fehl am Platz tastete ich mich durch die Menge und ging auf ihn zu. Er sah kurz in meine Richtung und unsere Blicke streiften sich. Oh, der Handy zerstört den Moment. Diese Augen schaute weg und tanzte weiter. Das bin wirklich so ich, so auch in die Beute. Dann nahm ich all meinen Mut zusammen und tanzte ihn an. Zu meiner Verwunderung erwiderte er sofort und rieb seinen aufgeheizten Körper an meine... Geht ein bisschen flott. Okay, erstes Kapitel. Es ging alles so schnell und ich vergaß sofort alles um mich herum. Wir tanzen weiter, bis er schließlich meine Hand nahm und mich nach draußen zog. So in andere Richtung. Ja, eigentlich bin ich doch gezogen. Na ja, also eigentlich bin ich das. Deswegen wollte ich nach draußen. Nee, aber ich lese ja trotzdem, ich bin ja trotzdem ich. Aber du hast mich nach draußen gezogen. Oder? Das ist ja voll heftiger. Als wir aus seiner Hintertür... Ja. Was für eine Hintertür? Als wir aus einer Hintertür rausgegangen... Aus seiner Hintertür... Als wir aus einer Hintertür rausgegangen waren, fühlte ich sofort die erfrischend kühle Luft. Oh ja, ich liebe kühle Luft. Super. Er drehte sich zu mir. Die entfernten Straßenlaternen warfen ihr Licht auf seinen wunderschönen... Ach nee, auf meinen. Auf meinen wunderschönen Körper. Ich lese er aus seiner... Voll kompliziert. Voll kompliziert. Gerade als ich wegschauen wollte, weil mich dieser selbstbewusste Blick einschüchternde... ...schüchterte. ...nahm er mein Gesicht in seine Hände und küsste mich. So richtig schlecht. Wow, diese Lippen. So unglaublich rau und doch sanft. Die da drehen noch so. Ich so, ja, aber die Lippen sind halt voll trocken. Wir sahen uns an lange. Was? Was zerstörst du? Die Stimmung ist voll romantisch gerade. Ich weiß aber, es geht nicht. Für zwei. Oh geil, jetzt wird's gut so. Jetzt, jetzt, jetzt wird's mal live. Bis er mich am Arm packte. Und zu einem Parkplatz zog. Er kam in seiner großen Tasche nach einem Autoschlüssel. Und drückte auf den Knopf. Ein schwarzes Auto blinkte auf. Es war ein Mercedes mit einer matten Lackierung. Das sind meine Ästhetics, Leute. Sehr gut. Sehr gut formuliert. Während der Fahrt fiel mir auf, dass ich noch nicht einmal seinen Namen kannte. Wie heißt du? Fabi Wunderland. Follow me. Follow me und Instagram. Wollte ich gerade sagen, aber er ließ mich nicht ausreden. Er drückte mich gegen die Wand. Oh. Wie kann ich mehr? Seine... Ich... Seine Zunge wanderte in mein Mund. Wer schreibt sowas? Und er forschte jeden. Wer schreibt sowas? Ich erwiderte den Kuss. Ich wollte mich einfach... Ey, wie willst du es auch anders machen, wenn du mit meiner Zunge da so... Ja, wenn du schon zu halben Meter dritten bist. Nicht mehr der schüchterne Single sein. Einfach etwas Neues tun. Plötzlich hob er mich hoch und trug mich in ein noch dunkleres Zimmer. Er schaltet das Licht an. Es war ein Aufnamoraum. Richtig nice. Das ist geil geschrieben. Ich kann nicht mehr Re-Fame der Welt. Das ist jetzt aus meiner Sicht. Oh, voll gut. Läuft. Ich setzte ihn auf das Klavier. Was für ein Klavier! Ich zog ihm sein T-Shirt aus und schmiss es auf den Boden. Meine Arme schlungen sich um seine Hüften und zogen ihn zu mir. Oh Gott, seine Beine schlagen sich um mein Becken. So hoch. Die Slang, ey. Und seine Hände wanderten zu meinem Nacken. Ja, das ist noch trafbar. Schnell entledigte ich mich meines Schürzen. Ich küsste ihn erst sanft, dann immer wilder. Ich saugte mich an seinem Hals fest und hinterließ dunkle Flecken. Oh, das ist aber nicht gut, oder? Zum Glück habe ich die Coverage-Palette. Dann weiter runter zu seinen Bauchmuskeln. Eher weniger vorhanden, aber ist doch okay. Mir wird ein bisschen übel. Das ist jetzt gegen dich. Bisschen komisch gerade. Erst mit den Fingern und dann mit der Zunge. Jetzt, Leute. Geht die Lutz? Jetzt geht richtig Lutz 800. Ist das FSK 18 oder so? Das ist das FSK 18-Zeichen. Ich kann nicht. Okay. Meine Hände wanderten zu... ... und... ... er stöhnte. Ich so direkt raus. Tschüss. Ich hauchte einen leichten Kuss und verteilte weiter für Knutschen. Was? So, was soll das gehen? Wie edelig, dann ist alles so geschwollen. I? Jetzt wird's heftig. Jetzt darfst du echt wegpiepen. Ich grinste dreckig und fuhr mit meiner Zunge... ... Das geht ja so richtig an. Oh Gott, jetzt ist das richtig heftig. Ich... Oh, nö. Ich dachte, es war gar nicht mehr. Doch ich will weiterbisschen. Ich schaute zu ihm auf. Er zog mich hoch auf seine Brust und streichelte über meinen Rücken. Dann drutschte ich hoch, sodass mein Kopf auch auf dem Kissen lag und wir tief in die Augen schauen konnten. So schön. Ich legte meinen Arm um seine Hüfte und zog ihn stärker an mich. Marvin. Ich liebe ihn nicht. Haufte ich auf seine Lippen, bevor ich meine diesen Verschloss. So, was ist denn in den Kommentaren hier so los? Was ist dann in den Comments los? Girl, Geschlechtsverkehr beim ersten Date. Sie singt. Viktoria ist richtig am Start. Nein, das kann doch nicht vorbei sein. Die Fanpiction war so gut. Ich bin richtig mit richtig schocken. Was ist da los? Oh mein Gott. Ich muss mich jetzt noch mit ihm jetzt zurückziehen und verkraften. Was wir hier gerade durchgemacht haben. Wirklich mein Herz. Ja, ich war so relativ into gerade beim Vorlesen. Ich wusste auch nicht, dass die so abgeht. Ich dachte so ein bisschen in die Smat-Richtung so, aber... Gut, Freunde. Ja, das war der erste Teil. Sehr interessant. Wir beenden das jetzt hier mal. Wenn ihr eine Vorentsitzung haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, es war... Aufschlussreich. Es war sehr aufschlussreich. Eine gute Lehrstunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben da. Und schreibt irgendwas in die Kommentare. Ich weiß, wie es weitergehen könnte. So kreative Schreibgrüppchen, wissen Sie sich so... Jetzt geht es weiter auf Fabis Kanal mit der zweiten Fanfiction. Ich kann jetzt schon nicht mehr, bei mir ist es vorbei. Dann sind wir uns... Ich bin richtig... Ich kann noch nicht mehr mit den Abspannung machen. Ich bin lost einfach. Okay, Freunde. Bis gleich. Tschüss. Ich bin fertig. Keine mehr. Tschüss. In deinem Auto. Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Danke schön. Hallo. Oh, living the life, die zwei. Oh, hast du die Gelenke gehört? Ist einfach wie in der Hogwarts hier.